Herzlich willkommen! Gut, dass ihr dabei seid, denn heute geht es um die Wechseljahre. Wer jetzt denkt, das betrifft Frauen ab 50 oder 60, dann bleibt mal dran, denn hormonelle Veränderungen können sich schon sehr viel früher bemerkbar machen. Die Wechseljahre sind ein Thema, die in der Gynäkologie häufig nicht so viel Beachtung finden. Dabei gibt es eine riesige Menge an Beschwerden und Symptomen, die schon viele Jahre vorher und nachher auftreten können. Wenn man diese Beschwerden nicht erkennt und nicht diesem Thema zuordnet, dann behandelt man sie entweder gar nicht oder falsch. Schauen wir uns einmal an, wie die Wechseljahre ablaufen, was vorher und nachher passiert und welche Beschwerden auftreten können. Die Menopause ist der Zeitpunkt der letzten Menstruation. Gemäss Definition ist das erreicht, wenn danach 12 Monate lang keine weiteren Blutungen mehr auftreten. Das bedeutet, dass wir den Zeitpunkt der Menopause erst festlegen können, wenn ein Jahr vergangen ist. Schlussendlich ist es also erst im Nachhinein klar, wann eben diese Menopause stattgefunden hat. Bereits in den Jahren vor der Menopause, und das können gut 10 oder mehr Jahre sein, kann es zu diskreten Veränderungen im Hormonzyklus kommen, was auch zum Teil diskrete Beschwerden und Symptome machen kann, die nicht unbedingt diesem Thema zugeordnet werden. Kurz ein paar Worte zu ein paar Begriffen. Rund um die Menopause werden verschiedene Zeitabschnitte definiert, die Bezeichnungen haben, die zum Teil nicht so eindeutig definiert sind und auch nicht unbedingt so klar definiert werden können. Als erstes gibt es den Begriff der Perimenopause. Die Perimenopause bezeichnet die Jahre vor und nach der Menopause. Weiter gibt es den Begriff der Prämenopause. Die Prämenopause ist noch vor der Perimenopause, der Zeitraum ist aber nicht so klar definiert. Auch die Verwendung dieses Begriffes ist nicht einheitlich. Und nach der Menopause kommt dann die Postmenopause. Die vielen Begriffe können verwirren, aber im Prinzip könnt ihr sie auch vergessen, denn schlussendlich ist es wichtig zu verstehen, welche Symptome auftreten können und nicht unbedingt wie die Zeitabschnitte benannt werden. Darum schauen wir uns jetzt an, was so an Beschwerden vorkommen kann. Das normale Alter für die Menopause ist zwischen 45 und 55 Jahren. Das ist eine grosse Zeitspanne. Entsprechend sind auch die Abschnitte vorher und nachher über eine grosse Zeitspanne verteilt und es ist überhaupt nicht möglich, genaue Altersangaben zu machen für das Auftreten der einen oder anderen Beschwerden. Dazu kommt, dass es typische Symptome gibt, bei denen man eher an hormonelle Veränderungen denkt und untypische, die man häufig anderen Dingen zuordnet oder nicht einordnen kann. Bereits ab Alter 35 bis 38 ist es möglich, dass erste Veränderungen auftreten und sich bemerkbar machen. Typische Symptome können sein, dass die Regelmässigkeit des Zyklus nachlässt, unregelmässige Blutungen auftreten, sowie zyklusabhängige Brustschmerzen, eine sogenannte Mastodynie oder Schlafstörungen, die früher nicht bestanden hatten. Eher untypisch und nicht mit hormonellen Veränderungen in Verbindung gebracht werden Gewichtszunahme, Veränderungen der Laune, häufig eher ins Negative, welche häufig im Rahmen eines sogenannten prämenstruellen Syndroms, eines PMS interpretiert werden und ganz wichtig, schmerzende, im Extremfall geschwollene Gelenke. Typischerweise an den Fingern. In den Jahren vor der Menopause, in der Perimenopause, können die Beschwerden dann zunehmen. Zu den typischen Symptomen mit Zyklusunregelmässigkeiten und Blutungsunregelmässigkeiten, sowie den Schlafstörungen können jetzt auch Hitzewallungen dazukommen, nächtliches Schwitzen, was wiederum die Schlafstörungen verstärken oder auslösen kann, eine allgemein trockenere Haut, Haarausfall, vielleicht juckende Haut oder zu Eczemen neigende Haut, auch eine Trockenheit im Bereich der Scheide, die allenfalls verbunden ist auch mit Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, und ein Rückgang der Libido, also der Lust auf Sex. Zu den untypischen Symptomen in dieser Zeit gehören wieder die Gelenkschwellungen und Gelenkschmerzen, eine Gewichtszunahme, typischerweise im Bereich des Bauches, was eher dem männlichen Muster entspricht, was damit zusammenhängt, dass beim Rückgang der Wirkung des Östrogens im Körper relativ gesehen die Wirkung des Testosterons stärker wird. Auch Migräne oder Kopfschmerzen können sich verändern oder neu auftreten und manchmal kommt es zum Beispiel zu Schwindel. Schwindel ist allerdings ein sehr unspezifisches Symptom, das heisst, es gibt einfach extrem viele Dinge, die Schwindel auslösen können, darum ist es allgemein schwierig, Schwindel zuzuordnen. Auch psychische Veränderungen können durch diese hormonellen Veränderungen bedingt sein. Dazu gehören eine schlechtere Laune, eine Neigung zu Depressionen, Ängstlichkeit oder eine gewisse Aggressivität. Mit der Menopause kommen dann diese Beschwerden häufig in noch ausgeprägterer Form. Als typische Menopausensymptome bezeichnet man an erster Stelle die sogenannten Vosomotor Symptoms, wie sie in Englisch bezeichnet werden. Das sind Symptome, die durch eine veränderte Steuerung unserer Blutgefässe ausgelöst werden, die eben dazu führen können, dass zum Beispiel die Blutgefässe in der Haut weitgestellt werden und dadurch eine Hitzewallung ausgelöst wird. Auch Schwitzen in der Nacht gehört zu diesen Symptomen. Was diese Vosomotor Symptoms auslöst, ist schlussendlich aber nicht verstanden und unklar. In dieser Zeit können auch die Schlafstörungen und die psychischen Symptome zunehmen. Eine vaginale Trockenheit, die nicht untypisch verbunden ist mit einem Brennen oder Juckreiz, ist ebenfalls ein ganz typisches Symptom, welches ausgelöst wird durch den Wegfall des Östrogens. Und wie schon gesagt, wenn das Östrogen weniger wirkt, dann wirkt relativ gesehen das Testosteron, das in der Nebenniere weiter gebildet wird, stärker und dadurch kommt es zu einer Gewichtszunahme, die sich vor allem im Bereich des Bauches bemerkbar macht. Die Gewichtszunahme ist aber auch dadurch bedingt, dass durch den Wegfall des Östrogens der Grundumsatz, der Energieumsatz unseres Körpers zurückgeht. Wenn dann die gleiche Menge an Kalorien wie vor der Menopause gegessen werden, dann kann das eben zu einer Gewichtszunahme führen. Und auch die untypischen Beschwerden mit den Gelenkschmerzen und Gelenkschwellungen treten mit der Menopause häufiger auf und werden häufig nicht diesem Thema zugeordnet. Neben all diesen Beschwerden, die man spürt, gibt es auch einige Auswirkungen der Menopause, des Wegfalls des Östrogens, die man nicht spürt. Ganz besonders wichtig, nicht nur die Gelenke leiden, sondern auch die Knochen, denn in den ersten zehn Jahren nach der Menopause sinkt die Knochendichte am stärksten und durch die reduzierte Knochendichte kann es zu einer Osteoporose kommen, was das Risiko für Knochenbrüche erhöht. Es gibt auch Daten, die darauf hinweisen, dass mit der Menopause das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allem Herzinfarkt, bei Frauen zunimmt. Das konnte vor allem gezeigt werden bei Untersuchungen mit Frauen, die früher als üblicherweise in die Wechseljahre gekommen sind. Man muss allerdings sagen, dass das Risiko relativ gering erhöht wird, um das ca. 1,1 bis 1,5-fache. Auch das Gesamtrisiko zu sterben nach der Menopause steigt an, wenn nicht ein Hormonersatz besteht. Auch hier muss man sagen, der Effekt ist gering im Bereich von 1,1-fach. Fazit Die hormonellen Veränderungen rund um die Menopause beginnen schon viele Jahre vorher. Es ist wichtig, diese Symptome zu kennen, damit man sie entsprechend einordnen und zuordnen kann. Das gilt besonders für diese eher untypischen Beschwerden. Und auch wenn es wenig oder untypische Beschwerden sind, dann gibt es doch viele Gründe, die es sinnvoll machen, über die Möglichkeit eines Hormonersatzes nachzudenken. Die Details zur Hormonersatztherapie sind allerdings sehr umfangreich und recht komplex. Darum werde ich mich diesem Thema in weiteren Videos widmen. Nun wisst ihr Bescheid über verschiedene mögliche Beschwerden rund um die Wechseljahre. Gerade zu diesem Thema gilt, Wissen ist Macht. Denn wenn ihr versteht, welche Beschwerden hormonellen Veränderungen zugeschrieben werden können, dann könnt ihr auch früher darauf reagieren. Lasst euch nicht einreden, dass das normal ist, dass ihr da durch müsst oder dass das durch zu viel Stress bedingt ist. Also, teilt dieses Video mit euren Freundinnen, gebt mir ein Like und ein Abo und bis zum nächsten Mal.